Hallo und herzlich willkommen zu Writing Out. Ja, die erste offizielle Folge. Für mich ist es jetzt eigentlich ja schon die zweite Folge, da die erste Folge für mich dazu da war, den Editor zu benutzen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir spielen jetzt die Writing Out Beta 1.0 und eins sei gesagt, diese Beta ist noch voller Bugs und Fehler auf jeden Fall. Das ist völlig okay. Es wurde angekündigt, dass auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viele Updates kommen werden jetzt in der nächsten Zeit. Daher darf man sich davon jetzt nicht so beirren lassen. Das Einzige, was ich nicht ganz so gut finde, ist, ich hatte gedacht, dass jetzt schon das fertige Spiel rauskommt, dass man sich richtig downloaden kann, was man wirklich kaufen kann. Allerdings kann man es sich bis jetzt nur vorbestellen. Außer ich habe irgendwas falsch gemacht. Dann dürfte ich mich gerne eines Besseren belehren und sagen, komm Windy, du kannst es dir schon runterladen. Du hast da irgendwie was übersehen. Ich werde jetzt erstmal in den Einzelspieler-Modus gehen, denn ich habe mir vorher schon eine Figur erstellt gehabt. Und jetzt werden wir mal gucken, wie das alles läuft. Ich finde, das ist alles ein ganz klein wenig leckig. Liegt wahrscheinlich da. Ja, dann wie gesagt, das ist noch die Beta. Und ja, man kann halt noch nicht ganz so viel einstellen, außer alles auf Low, High und sowas alles stellen. Aber mehr kann man noch nicht machen. Daher könnte es sein, dass es alles noch ein klein wenig leckt. Aber ehrlich gesagt stört mich das nicht, denn ich möchte es trotzdem spielen. Willkommen zu Riding Out. Dieses Fenster wird immer wieder auftauchen, um dir zu helfen. Gehen kannst du mit WSAD auf deiner Tastatur. Mit C kannst du den Bau-Editor öffnen. Ah, cool. Das heißt, wir können hier auch bauen. Um nicht umzusehen, halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus. Halte die Umschaff-Taste gedrückt, während du gehst, um zu rennen. Mit der Leertaste kannst du springen. Mit dem Mausort kannst du zoomen. Oh, zoomen, das finde ich wunderbar. Bitte beachte, es handelt sich hierbei genau um eine unfertige Beta-Version des Spiels. Viele Funktionen sind noch nicht integriert. Ganz genau. Und deswegen, wie gesagt, finde ich das alles ein klein wenig laggy. Aber ich bin guter Hoffnung, dass sich das alles noch ein bisschen ändert. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich gucke mal wegen dem Bau-Editor. Okay, hier haben wir die gleiche Funktion wie im ersten Teil, also im ersten Video von mir. Das ist auch sehr schön. Da kann man dann später ein bisschen bauen. Machen wir jetzt heute aber noch nicht. Denn ich weiß nicht, ob man jetzt hier so einfach bauen kann oder ob man sich noch irgendwie ein hübsches Plätzchen aussuchen kann. Das wäre natürlich toll, wenn man sich noch schöne Plätze aussuchen kann. Erreichere den Hof von deinem Onkel. Ja, das machen wir dann einfach mal. Gehen hier schön an das Sonnenblumenfeld entlang. Und jetzt schauen wir mal, wo wir da ankommen. Man kann auch ein bisschen sprinten, obwohl, ja, es leckt. Es ist schon nicht ganz so mega flüssig, wie ich finde, aber es ist irgendwie, es ist okay. Also, man kann das tolerieren auf jeden Fall, so wie es jetzt momentan läuft. Das sollte jetzt, glaube ich, den ersten Spielspaß der Beta nicht so wirklich schmälern. Oh, und wunderschöne Musik. Und ich versinke im Sandberg. Oh, warte. Das ist jetzt auch wieder so ein schöner Bug hier. Das ist ja cool. Ich finde eigentlich so erste Bugs sind ganz interessant auf jeden Fall. Interessant zu sehen. Und deswegen ist es auch überhaupt gar nicht schlimm. So, hier. Treibsand, so ein bisschen sieht das aus. Wo ist denn jetzt mein Onkel? Onkelchen, wo bist denn du? Oh, wir gucken uns mal kurz hier um. Hier ist so ein richtig cooler Weitstall. Und ich finde, es wird aber immer besser jetzt im Laufe des Spiels, so mit den Leggen. Gut, es könnte auch wieder schlechter werden. Aber hier sieht ja schon echt sehr cool aus. Und man konnte, ah, man kann sogar hochgehen. Dann muss ich ja selber mal ein bisschen schauen. Hopps. Und ich finde es auch super, dass man hier springen kann. Eine schöne Loge. Da kann man auf jeden Fall alles überblicken. Oh, achso, hier ist der. Hier ist die Zappa. Okay, dann wollen wir mal den Onkel suchen. Vor allem will ich unbedingt ein Pferdchen haben. Ich bin so gespannt, wie die Pferde hier aussehen werden. Also, da freue ich mich wirklich schon. Und, ach ja, genau. Was ich noch sagen wollte. Wo ist denn im Moment? Der Onkel ist doch eigentlich, ist es kennzeichnet mit einem Hufeisen. Allerdings sehe ich jetzt hier gerade noch kein Hufeisen. Na gut, dann laufen wir noch mal ein bisschen rum. Ich dachte, das wäre hier vorne gewesen. Ähm, es wird dieses Jahr keinen neuen Sendeplan mehr geben. Weil Puring Quest ist jetzt vorbei. Und jetzt kommt halt noch Riding Out dazu. Star Stable läuft auch noch. Und wo ist denn der Onkel? Onkelchen, wo bist du? Also, ist das überhaupt schon mein Hof? Das ist die Frage. Ich weiß es gar nicht, ob das schon ein Hof ist. Ah ne, da oben vielleicht. Und, ja. Es wird keinen Upload-Plan geben. Der kommt dann erst wieder im Januar. Oh, achso. Hier ist ein Berg. Kann ich hier hochspringen? Nee, hier ist noch ein unüberwindbarer Berg. Alles klar, dann gehen wir den Weg. Und, ähm, ja. Deswegen werde ich jetzt erst einmal, so wie es kommt, kommt Riding Out. Je nachdem, wie ich es jetzt schaffe. In, äh, dieser Woche. Beziehungsweise nächste Woche dann noch. Da ist der Onkel, der steht da. Und, ja. Ne, also es kommt, wann es kommt. Und, ab Januar gibt es dann natürlich wieder einen ganz normalen Upload-Plan, wo alles draufsteht. Ich finde einfach nur, dieses Jahr lohnt es sich nicht mehr, da extra noch einen Upload-Plan zu machen. Weil es kommen auch noch einige neue Spiele hinzu. Es kommt noch ein neues Projekt hinzu. Ähm, was dann auch die anderen Zuschauer wieder ansprechen wird, die nicht so gerne Star Stable, Riding Out und sowas gucken. Guck mal, jetzt hat sie ein Fragezeichen auf dem Kopf. Das sieht auch witzig aus. Und, äh, ja. Da dürft ihr auf jeden Fall extrem gespannt sein. Also, ich finde, ich habe Spiele ausgewählt, die mir auch wirklich sehr viel Spaß machen. Nicht nur Pferdespiele, auch andere Spiele. Und, äh, Spaß ist die Hauptsache. Und ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Dürft ihr mir dann natürlich immer wieder schön in die Kommentare schreiben. Äh, wie interagiere ich denn jetzt mit dir? Mit E? Mit F? Äh, das ist jetzt die Frage. Gibt es hier irgendwie eine Hilfe-Funktion oder so? Hallo, Herr Onkel. Achso, ah! Ah, da bist du ja endlich. Du bist aber groß geworden. Ja, genauso groß wie du. Ich habe schon auf dich gewartet. Deine Fersen hier auf den Hof verbringen ist eine gute Idee. Hallo, Onkel. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch wahnsinnig, dich hier zu sehen. Aber ich bin untröstlich. Ich muss leider kurz in die Stadt. Vielleicht kannst du mir kurz helfen und das Heu von der Wiese in die Scheune bringen? Das ist aber schade. Aber ich helfe dir gerne. Natürlich. Möchtest du Gegenstände in der Hand nehmen, um sie zu tragen, musst du deinen Mauszeiger über das Objekt bewegen und anschließend entweder E auf deiner Tastatur drücken oder das Mausrad drücken. Okay, ich drücke E mit Mausrad, bin ich nicht ganz so bewandelt. Objekte können gedreht werden mit den Pfeiltasten auf deiner Tastatur. Ablegen kannst du die Gegenstände wieder mit E oder einem Druck auf dein Mausrad. Also E. Es können Gegenstände auch auf den Rücken abgelegt werden, um sie an deinen Charakter zu befestigen. Ach, cool. So. Wie mache ich die Tür auf? Es ist immer noch so die Frage, wie das mit dem Interagieren klappt. Brauche ich überhaupt interagieren? Ah, warte. Oder ist das hier? Ich muss mal gucken, wo das alles ist hier. Ach, das ist sein Haus. Vielleicht komme ich noch gar nicht ins Haus. Wir gucken uns einfach mal komplett um hier, würde ich sagen. Eine schöne Pferdeschnitzerei oder ein Pokal. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich habe noch gar kein Heu eingesammelt. 0 von 7. Das ist auch schön. Ah, da sind die Hufeisen, von denen ich gesprochen hatte. Den muss man jetzt einfach nur folgen. Und tada, kommt man zu der Quest. Das finde ich schön gelöst. Ich mag immer gerne solche Hinweise in Spielen. Finde ich immer sehr hilfreich. Und dann muss man nicht immer einfach so querfeldein und blind umherirren, um eine Quest zu finden. Daher. Wow. Ist aber ganz schön bergig hier. Ich hoffe, das tut ihr nicht weh, wenn sie jetzt hier so ins Bodenlose springt. So, mal gucken. Ja. Ja, sehr schön hier. Ich glaube, ich gehe mal lieber den Weg hier entlang. Oh, und ich glaube, ich werde die Musik... Kann man die Musik ausmachen? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Optionen. Ah, Musik. Wir machen die Musik einfach mal leise, weil die Musik leckt bei mir ein bisschen. So. Ist jetzt... Nee. Musik ist weg. Das ist schön. Deswegen, ich spiele lieber ein bisschen selber Musik ein. So. Ah, hier ist das Heu. Okay. Hallo, Heu. Ja, die Welt lädt jetzt natürlich. Deswegen fängt es wieder ein bisschen an zu lecken. Wenn das alles geladen ist oder man nicht so viel Aussicht hat, dann läuft das alles immer besser. Okay, Heu. So, dann tragen wir das doch mal... Genau, dort in die Scheune. Oh, ganz schön schwer für so ein Mädchen. Aber sie ist groß gewachsen, wie wir sehen. Ist nicht so ein kleines Mädchen. Ist alles ein bisschen realistischer. So, müssen wir es hier hin machen? Oder auf der anderen Seite. Ach, ich habe das jetzt auf dem Rücken. Ach, hier muss das hin wahrscheinlich, ne? Na, komm mal mit Heu-Ballchen. Ne, doch nicht. Da war richtig. Okay. Na, schauen wir mal, ob das klappt oder ob das ein Bug ist. Okay, mit E. Fallen lassen. Ah, klappt. Wird zwar sehr hin und her gewirbelt, aber ist ja nicht weiter schlimm. So. Oh, da müssen wir mal viele Heu vor uns. Aber es hat ja nie jemand gesagt, dass Arbeit schnell ist und leicht geht. Einmal drehen. So, wenn man zur Scheune hinguckt, wie gesagt, läuft das ein bisschen besser, als wenn man in die Ferne guckt. War bei mir aber schon bei den meisten Spielen immer so. Jetzt habe ich wieder... Oh, jetzt ist es... Cool, jetzt ist es ja durchgeflutscht. Gehe ich das immer noch neben? Ja. Okay, dann legen wir es mal hier ab. Weg damit. So, jetzt klappt es. Ich darf mit der Maus nicht drüber gehen. Weil dann kommt es, heftet das an meine Rücken. Und das wollen wir ja nicht. Okay, der nächste Ballen. Ach, wir haben ja nur noch fünf Stück vor uns. Schön wäre, wenn man ein paar mehr Ballen nehmen könnte. Aber okay, mehr Ballen heißt auch, es ist schwerer. Hier habe ich wieder mit der Maus drangetastet. Okay. Obwohl, ich finde sie ist auch echt cool gemacht. Und wenn die Beta vorbei ist, kann man das bestimmt richtig cool individualisieren. Da freue ich mich schon drauf. Und da hinten sind auch schon Pferde zu sehen. Die alles ein bisschen zum Lägen bringen. So, drehen und einmal zur Scheune. Oh mein Gott. Das dauert aber eine ganze Weile, bis man das fertig hat. So, am besten nämlich die Maus jetzt mal komplett weg. Ach, die flutscht gleich zur Maus hin. Na ja. Zack, einfach reinwerfen. Hauptsache es ist drin. Der Onkel hat ja auch nicht gesagt, ob wir das ordentlich machen sollen. Und stapeln oder so, war keine Rede. Zack. So, jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Nur noch drei Stück. So, Moment. Kann ich das vielleicht noch irgendwie anders ablegen? Nee. So. Ah, ich kann es... Ah, stapeln. Cool. Jetzt ist es tatsächlich gestapelt. Ja gut, dann machen wir das auch ein bisschen ordentlich, wenn wir schon mal hier sind. Warum eigentlich auch nicht. So, nur noch zwei. Hallo. Hallo, warte. Wo willst du hin? Los, komm her. So. Da schwebt das einfach weg von uns. Das ist ja ein Ding. Hauptquest gerade angekommen. Ist auch schön. So Hauptquest und so. So. Stapeln wir es auch direkt. Wow. Hallo? Hallo? Wo ist denn das jetzt gelandet? War der jetzt nicht noch? Wo ist denn das zweite gelandet hier? Ja, schön. Ist irgendwo woanders gelandet, als es eigentlich hin sollte. Was? Was? Ist es da gelandet? Nee, ehrlich? Ist es das? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Bist du das? Nee, das ist es nicht, oder? Doch. Krass. Und darum finde ich Bugs echt witzig. Manchmal ist es echt nervig. Aber jetzt gerade so in der Beta, wenn man schon vorher weiß, dass es auf jeden Fall Bugs geben wird, dann ist es irgendwo ganz witzig, finde ich. So. Rein damit. Fehlt nur noch einer. Aber wenigstens verschwindet es nicht. Und das ist die Hauptsache, denn wenn es verschwindet, dann müsste man alles wieder neu laden, damit man die Quest schafft. Und da das zum Glück nicht der Fall ist, ich drehte mal da ein bisschen doll gegen. Sie hat mehr Kraft, als sie denkt. Vielleicht hat sie auch so ein bisschen T-D-Chinese-Kräfte. So. Der letzte Rollballen. Und dann haben wir auch das geschafft. Dann müssen wir zurück zum Onkel eventuell. Ich weiß es gar nicht. Na, dann schauen wir mal. So. Was packen wir hier ganz oben drauf? Wenn das klappt. So. Quest geschafft. Dein Onkel ist nun schon ziemlich lange weg. Vielleicht solltest du nach ihm sehen. Alles klar, wo waren das Haus jetzt nochmal? Ach da, da lang. Okay. Machen wir einen kleinen Sprint dorthin. Da wird die Welt ja natürlich wieder regeneriert. Deswegen sinkt meine FPS-Zahl hier auf 4. Und 4 ist schon ziemlich krass eigentlich. Aber soll uns nicht weiter stören. Das wird sich auch wieder bessern. Genau. Hier bessert es sich zum Beispiel wieder. Äh, Onkelchen. Ach so, einmal am Berg rum. Okay. Wir sind ja auch vorhin voll über die ganzen Berge her laufen und sind halb irgendwo runtergefallen. Dann nehmen wir jetzt mal den normalen Weg. Den schönen Weg nehmen wir jetzt mal. Hups. Ich sollte vielleicht nicht gegen die Bäume laufen. Ist nicht ganz so schön. Aber im Treibsand versinken. Das ist okay. Das ist schön weich. Weich und warm. Da ist ja schon... Das ist... Ne, was ist das denn? Oh mein Gott! Eine Stadt! Oder was soll das sein? Oh, wie cool! Mega! Jetzt sind wir aber schon weit weggelaufen, glaube ich. Ich muss nämlich dorthin. Das sieht echt cool aus. Lass mich hoch. Okay. Also, immer die Wege laufen. Wege laufen hilft. Onkel, ich komme. Oh wow! Hier ist ja schon voll viel los. Was sind denn das alles für Leute? Leute von heute. So viele Leute. Ist das der Onkel? Tatsächlich! Onkel, was machst du denn hier? Was willst du denn einkaufen? Onkel Stefan? Onkel, was machst du hier? Ich habe auf dich gewartet. Genau! Was machst du hier? Es tut mir schrecklich leid. Ich habe zur Zeit einfach so viel um die Ohren. Ich muss eins meiner Pferde verkaufen. Ich schaffe es einfach nicht mehr alleine. Was? Du willst ein Pferd verkaufen? Ja, es ist einfach zu viel für mich. Ich habe aber noch keinen Käufer gefunden. Gib es mir doch einfach. Und da fragst du nicht mich? Ich kann mich doch um dein Pferd kümmern. Wenn du willst, kann ich mich nach einem Käufer umsehen. Nein, ich will mich um das Pferd kümmern. Großartig! Das ist einfach eine tolle Idee. Lass uns zurück zu meinem Hof gehen. Wer als Erste da ist? Alles klar, los geht's! Oh, der läuft aber ganz schön schnell. Du kennst ja wahrscheinlich auch voll die Abkürzungen. Die kenne ich nicht. Ich folge einfach mal den Onkel. Okay, ein ganz schön schneller Onkel. Sportlich, sportlich, Onkelchen. Ach, da ist das Hufeisen. Okay. Ich folge trotzdem mal so ein bisschen den Onkel. Weil ich weiß nicht so genau, wo der Weg lang geht. Nicht, dass ich wieder irgendwo in einen Sandberg hineinlaufe. Wäre nicht ganz so schön. Aber ich glaube, wir müssen hier so oben lang. Und dann kommen wir wahrscheinlich einen Weg einmal so quer durch rüber und seitlich. Und, äh, ja. Genau. Oh, ich bin da. Bin ich da? Oder komme ich? Nee, ich komme noch nicht weiter. Oh nein, der Onkel wird mich gleich überholen. Los, schnell. Lauf wie der Wind. Geschwind wie der Wind. Ganz genau. Ähm, sind wir gleich da? Bin ich überhaupt besichtig? Ja. Wow. Oh, oh, oh. Okay. Sie ist unsterblich. Oh, sie ist unsterblich. Na Gott sei Dank. Wo laufe ich denn jetzt hin? Bin ich jetzt überhaupt besichtig hier? Jetzt bin ich ja wieder hier. Von da bin ich ja eigentlich losgelaufen. Ich weiß nicht. Ich laufe trotzdem einfach mal da zum Hufeisen hin. Ich hoffe, das sagt mir den richtigen Weg. Auch wenn das jetzt echt ziemlich am Leggen ist hier. Ähm, Onkelchen. Hier ist das Hufeisen. Ach, da kommt er ja schon. Ich müsste jetzt eigentlich direkt da sein. Nicht, dass er jetzt sagt, ha, ich bin zuerst da. Äh, ich bin zuerst da gewesen, Onkel Stefan. Puh, lass mich einen Moment Luft holen. Für mein Alter habe ich doch ganz gut geschlagen. Was meinst du? Ja, das hast du. Ich bin überrascht. Du solltest vielleicht doch ein wenig mehr Sport schreiben. Die Letzten werden die Ersten sein. Ähm, die Letzten werden die Ersten sein. Hier sind wir auf meiner Koppel. Du darfst dir einst meine Pferde aussuchen. Beweise, dass du verantwortungsvoll, zuverlässig und das nötige Know-how hast, dich um solch ein tolles Tier zu kümmern. Wenn du mich nicht enttäuscht, dann soll es dir gehören. Danke, Onkel, du bist der Beste. Doch, ich bin bereit dafür. Ich habe noch gar keinen Stall, wenig Geld und kaum Erfahrung. Nein, du, danke Onkel, du bist der Beste, auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass du deine Sache gut machen wirst. Wenn du mir auf dem Hof hilfst, auch die Boxen der anderen Pferde säuberst, darfst du dir eines in meinen Stall stellen. Oh, danke schön. Um Geld zu verdienen, wirst du wohl auch auf die anderen Höfen aushelfen müssen. Ernte Ressourcen wie Eisenholz und bestelle Felder. Zwei Behandel, vielleicht wirst du auch eines Tages einen eigenen Hof besitzen. Wenn du es willst, bleibst du hier und deine Pferden werden nie zu Ende gehen. Schweigen. Vielleicht solltest du zuallererst in die Stadt umsehen. Hier ein wenig Geld, damit du dir was Nettes kaufen kannst. Ah, ich freue mich riesig. Die Pferde, den hier zu verbringen, war wahrscheinlich einer meiner besten Ideen. Du wirst stolz auf mich sein. Um auf ein Pferd aufzusteigen, genügt es nah genug, dran zu sein und mit der linken Maustaste auf das Pferd zu drücken. Wenn du wieder absteigen möchtest, drücke E, während du auf dem Pferd sitzt. Möchtest du das Pferd füttern? Hebe ein Gegenstand auf und gehe in Reichweite des Pferds. Klicke anschließend mit links auf das Pferd. Okay. Pferd aussuchen. Yippie yay. Hallo Pferdis. Darf ich mir wirklich richtig eins aussuchen? Kriege ich das Tor auf? Na gut. Spring ich rüber. Kein Problem. Ich bin sportlich. Okay. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier so schönes? Ah, wir können auch Statistiken sehen. Alles durchschnittlich. Ich glaube, die Anfangspferde sind wahrscheinlich alle noch durchschnittlich. Oh, du bist ja ein schönes Pferdchen. Oh ja, du bist echt schön. Moment, ich gucke mir trotzdem nochmal die anderen an. Ich finde nämlich ein braunes. Auch echt ganz toll. Mal gucken, wie siehst du denn aus? Oh. Hübsch. Obwohl das schwarz. Oh, du bist ja auch schick. Na, hör mal auf zu fressen. Guck mal hoch. Ich glaube, ich nehme das hier. Es frisst so viel. Das passt zu mir. Oh doch, das sieht schön aus. Ich finde so ein Braun auch eigentlich ganz, ganz hübsch, muss ich sagen. Komm. Ah. Jetzt stehe ich irgendwie extrem scheiße. So, das will ich haben. Hier ist aufgeklickt. Gehört es jetzt mir? Warte mal. Ich hänge hier irgendwie so ein bisschen fest gerade. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das kriege. Äh. Sechs klicken, hat die gesagt. Oh, was war das denn? Vielleicht bin ich auch nicht in der richtigen Reichweite. Aber hier leckt es auch echt ganz schön. Na, los. Steig auf. Mach irgendwas. Ich brauche nochmal Hilfe. Kann ich mir das denn nicht aussuchen? Hm. Wie? Ah, yay. Ich bin auf dem Pferd. Ah, Doppelklick. Okay. Doppelklick hätte ich machen müssen. Kannst du hüpfen? Wow, du kannst zupfen. Okay, ich muss nur lernen, mit dir umzugehen. So, wir gehen jetzt zurück. Warte, ich kann auch nochmal weiter wegzoomen. Okay, Pferdchen. Jetzt ist die Frage. Zack. Wow. Wie cool. Warte, Pferdchen, halt. Wow, das ist aber ganz schön... ganz schön wild. wildes kleines Pferdchen. Warte, ich muss mir die... erstmal angucken, wie du aussiehst. Äh. Nein, geh hier lang. Oh, es ist aber echt noch ganz schön schwer hier mit den Einstellungen und so. Mit der Tastatur und alles. Komm, wir müssen erstmal wieder auf die Wiese, glaube ich. Das ist wahrscheinlich am besten. Genau, hoppsa. Stehen bleiben. So. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie du ausschaust. Oh, ist das... Ich finde das echt schön. Wenn es nicht so lecken würde, wäre es noch viel cooler. Aber ich glaube, da kann man im Moment noch nicht ganz so... Oh, hier. Richtig ein schönes Bild. Also, das Pferd, das gefällt mir. Wollen wir noch ein bisschen zoomen? Geht das? Ja. Ja. Dann können wir gleich mal ein schönes Thumbnail damit machen. Ah. Also, das sieht echt schön aus, das Pferd. Das muss man schon sagen. Bisschen weiter weg. Okay, weiter weg. So geht nicht. Hallo, Pferdchen. Guten Tag. Es ist echt schön gemacht, auf jeden Fall. Wenn die Fehler alle noch behoben werden, dann glaube ich, wird das ein richtig tolles... Ja, frest erst mal. Richtig tolles Spiel. So, wo ist denn jetzt die Stadt? Jetzt muss ich nochmal nach dem Hufeisen schauen. Ach, da lang. Na gut, reiten wir einfach mal. Wow. Ich glaube, reiten muss auch gelernt sein. Ach so, lenkt man. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, wie man hier richtig lenkt. Okay, am besten mit der Maus. So, Galoppo. Auf, wie geht's? Auch schön, dass man gleich springen kann. Dass man das nicht erst erlernen muss. Wie gesagt, das Lecken, das stört mich noch ein bisschen. Aber gucken wir mal, da ja echt viele Updates jetzt kommen sollen, dass sich das dann alles noch so ein bisschen normalisiert. Wow, hoppsa! Sie sieht auch irgendwie ganz witzig aus, finde ich. Ich hoffe, das Pferd tut sich so nicht weh. Aber in der Beta wird wahrscheinlich noch nicht ganz so viel passieren. Ach so, wir sind ein bisschen im Sand stecken geblieben. Hoppsa! Schöne Stadt hier. Ja, durchaus. Ah, das Lenken, das muss ich echt noch lernen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Okay, ein bisschen langsamer, Pferdchen. Genau, geh mal lieber ein bisschen langsam. Wow! Ich bin zu schnell. Da muss ich denn, da ist ein Hufeisen. Genau. So. Ha! Erstmal absteigen. Oh, das Pferd ist jetzt aber... Warte mal. Da kann ich dich nicht stehen lassen. Und ein bisschen rumdrehen. Genau. So. Nein, nicht da lang. Ja, immer da, wo meine Sicht hin ist, da läuft auch das Pferd lang. Wie gesagt, das ist ein klein wenig gewöhnungsbedürftig. Los! Geradeaus. Dann springen. Spring einfach rüber. Oder es bleibt einfach stehen. Ich habe mir wahrscheinlich auch ein kleines, stures Pferd rausgesucht. Ah, hier ist es schön. Nee, doch nicht. Los! Ich glaube, du hängst ein bisschen fest, kann das sein? Äh, SOS, SOS. Ich muss mein Pferd erstmal rauskriegen. Oh! Da zischt es hier gleich los. Halt! So. Hier ist perfekt. Und ich habe 400 Goldmünzen bekommen. Schön. Äh, Moment. Wie läuft sie denn jetzt? Jetzt läuft sie nicht. Äh, Mädel, du solltest eigentlich laufen. Und zwar dorthin. Naja, sie läuft jetzt erstmal nicht. Vielleicht ist sie jetzt ein bisschen gerade schlecht. Müssen wir nochmal ein bisschen weiter geradeaus. Oder kann ich auch auf dem Pferd bleiben und mit entsprechen? Das ging ja eigentlich gerade. Okay. Pferdilein. Geh mal nur einen Schritt. Falt! Vorwärts. Genau. Nee, so kann ich nicht mit denen reden. Hallo, guten Tag, guter Herr. Na gut, dann steig nochmal ab. Machen wir es nochmal so. Jetzt müsste ich aber dicht genug an den Sand stehen. Der Schmied. Schmiedilein. Na gut, der Schmied ist heute ein bisschen verschwiegen. Aber auch das kann an der Beta liegen. Weil wie gesagt, es ist noch alles nicht so wirklich fertig. Sieht man ja auch hier generell so an dem Spiel. Aber es ist schön, erstmal einen schönen ersten Einblick zu bekommen. Und, ähm, ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen. Und die erste Folge wird dann erst einmal für mich abgeschlossen sein. Wir schauen mal, wie sich das alles entwickelt. Jetzt kommen ja auch ganz viele Updates. Und, äh, wir nehmen auf jeden Fall jedes Update mit. Deswegen denke ich auch, wird das mit dem Sendeplan noch nicht so ganz sinnvoll sein. Da, wie gesagt, erst die ganzen Updates kommen müssen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht gab es dann schon ein Update. Das wäre natürlich super. Also bis später und auf Wiedersehen.